Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stardew Valley. Hier ist mein Gesicht. Hey, klasse, ne? So, jetzt mein kleiner Hof ist unser Speicherstand, bei dem es an diesem wunderschönen Montag oder wann immer ihr das Video guckt, weitergeht. Ich muss mal meins ein bisschen aufdrehen. Ich hoffe, ihr habt genug Sound. Aber eigentlich habe ich nichts verstellt, von daher müsste eigentlich klar gehen. So, ne, wir wollen den Fernseher nicht nehmen, sondern einfach mal gucken, was der Barsager sagt. Ah ja, ich kann die Geister flüstern hören. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst da wenig extra Glück haben. Ich weiß nicht, wieso mich das gerade überhaupt interessiert hat. Sachen, Dinge, wunderschönes Haus. Ich brauche Kohle. Ich brauche Kohle, ich will, ich will Dinge. Oh, es ist Sommer. Wie schön. Äh, okay. Ah, das hat jetzt wohl geklappt. Gut. Ich wollte hier Heu rausnehmen, das weiß ich noch. Und dafür müssen die Hühner endlich mal was weggefressen haben. So, ich habe jetzt alle geherzt und jetzt... Ich, ich nehme mal, ich nehme mal alles. Ich nehme mal alles und dann mache ich mir neues Heu. Oh nein! Die Raufe ist leer. Baue ein Silo und mehr Gras mit deiner Sense, um sie wieder aufzufüllen. Ich gebe euch was hier, bitteschön. Ihr sollt ja auch nicht leben wie die Hühner. Wo ist das letzte Ei? Ist das hier? Dankeschön. Dankeschön, sehr freundlich. So, dann lasse ich euch mal raus, Freunde. Und dieses Mal mache ich einfach Mayonnaise. Was meint ihr? Was haltet ihr davon, hä? 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 Ich habe jetzt schon mehrfach hä gefragt und keine Antwort bekommen. So. Wo ist meine Sense hin? Die ist bestimmt hier in meiner tollen Box. Aber ich mache das natürlich auch nicht jetzt, ne? Das wäre ja... Oh. Hä? Das wäre ja Irrsinn, wenn ich jetzt anfangen würde. Ist das eine ganz normale Hacke? Oder ist das schon... Ja, ist eine ganz normale Hacke. Ich sollte ja vielleicht Dinge anpflanzen. Nun. Nicht wahr? Von dem tollen Geld, das ich habe. Also im Sommer sind, äh, wir wissen es alle, Melonen sehr günstig. Kann ich überhaupt schon... Ich weiß überhaupt nicht, was ich alles schon kann. Ich kann Sprinkler bauen. Aber die sind halt scheiße, ne? Ich glaube, ich lasse das einfach mit den Sprinklern. Ich baue einfach keine Sprinkler. Das lohnt sich halt noch nicht so richtig, ne? Ich glaube, das lohnt sich halt echt noch nicht so richtig. Ich glaube, das ist so richtig. Ich glaube, das ist so richtig. Das ist ein bisschen dumm, aber okay. Ich mache einfach noch eine Fackel hier hin und dann sieht es nicht mehr ganz so mistig aus. So, außerdem gehe ich jetzt erst mal nirgendwo hin, sondern packe das hier rein. Ach genau, ich wollte Steine klopfen gehen. Ah ne, Mayonnaise kann ich noch nicht auswechseln. Ich gehe jetzt erst mal neues Saatgut kaufen. Hauptsächlich Melone, denke ich. Dann gehe ich ins Community Center und gebe mein Heu ab. Was kann man denn hier? Was ist denn hier gebacken? Suche Regenbogenforelle für ein Fernsehsnack. Emily. Ich sage mal ja, aber ich werde mich da jetzt nicht groß drum bemühen. Vielleicht gehe ich mal fischen. Ich wollte eh mal ein bisschen fischen gehen. Halt, stopp. Brauche ich sonst noch irgendwas? Mohn. Definitiv Mohn. Aber ich nehme nur einen Mohn. Ich brauche ja nur einen fürs Community Center. Das war doch Mohn, oder? Ja, das war Mohn. Ich bin mir da ziemlich sicher. Dann nehme ich auch mal einen Hopfen mit. Oder, ja. Weil ich weiß genau, falls ich den Auftrag noch nicht habe, Pam wird von mir Bier wollen. Oder muss ich das mit Weiz machen? Ich glaube mit Hopfen. I'm not so sure about that. Mh. Sonnenblomensaat ist echt teuer, ne? Aber ich glaube, der Sonnenblomhonig brachte einigermaßen was. Also jetzt auch nicht so... Oh, Eggmec-Obergeil. Aber schon so okayisch. Ich weiß es nicht. Ich kaufe jetzt erstmal... Einiges an Melonensaat. Ich muss dann halt eventuell noch ein paar Felder machen. Ich nehme mal nur 30. Was habe ich denn da jetzt ungefähr? Hätte ich auch mal zählen können, ne? Ich weiß nicht. 5 oder 6 hoch. 5 eher. Ey, nur machen auch 10 mit. Ups. Muss ja eine gerade Zahl sein. Ich mach mal so. Wenn ich zu viel habe, habe ich zu viel. So. Und dann nehme ich noch mit... Ich nehme noch Sonnenblomensaat mit. Oh mein Gott. Was habe ich getan? Warte. Halt. Stopp. Wenn ich eh schon so drauf bin, dann kaufe ich für den Rest Weizen. Na, vielleicht... Ja, doch. Go for it. Nein! Ich wollte es umsetzen. Raus aus dem Shop. Man kann das dann immer noch umsetzen. Oh mein Gott. Boah, habe ich mich gerade selber getriggert. Uff. Meine Güte. Da hast du keinen Bock mehr. Da hast du einfach keinen Bock mehr. Ei, ei, ei. So, ich muss irgendwie... Ich muss hier ein schwarzes Brett, oder? Ja. Ah ja, guck mal. Ich brauche hier sogar Weizen. Mensch, hätte ich doch nicht so viel verkauft. Ich brauche hier auch einen schwarzes Brett. Und ich brauche hier. Ich brauche hier, ob ich... aber ich kann schon mal die sonnenblumen wachsen lassen dafür so hello i'm back home boys und girls hör doch mal auf mit den sachen zu hauen ich brauche sap für oder habe ich das hier ist die saatkiste guck in die saatkiste aha habe ich nicht aber ich habe schon melonensaat naja so ich setze das mal da rein kurz das könnte ich noch gebrauchen sind so ja check check die check check halt stopp ich brauche rechtsklick ne ja komm hier uh nice standard dünger richtig geiles zeug wie macht man den eigentlich mit anderen sachen man hat immer eine ungerade zahlen so und so und das hier und dann go go power ranger dünge die felder ich denke die felder tanze dünge mit mir samba dünge die ganze nacht so absolut keine ahnung wie viel das jetzt war 1 2 3 4 5 6 das war doch 6 1 2 3 4 7 8 9 10 unglaublich das war ja fast meine schätzung so jetzt ich sollte mal meinen natürlich jetzt dumm dass ich das vorher gemacht hatte aber ich hätte mal die look at this ich hätte mal hier die gießkanne upgraden können das wäre gar nicht mal so dumm gewesen und jetzt muss ich halt das hier machen ist auch ein netter dance die sind alle richtungen ja 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 das ist wobei ich finde ich habe irgendwie das gefühl wenn man schritt geht dann ist das so ein bisschen als ob man die an so den animations cool da quasi reduziert oder weiß nicht es fühlt sich irgendwie besser an keine ahnung warum vielleicht wenn man nicht so schnell klicken kann und dann kommt es immer nicht so lange vor ich weiß nicht vielleicht geht es auch einfach wirklich schneller ich habe noch genug energie überlegen wo ich den bienen kasten denn bauen möchte ich habe ich vielleicht zufällig noch jetzt wenn sie doch auf hätte ja sein können dass ich irgendwo noch eine fackel rumzustehen habe das habe ich schon wieder gesagt ne rum zu irgendwas irgendwas zu irgendwas gut okay ich sag mal so hier kommt mein wahnsinnig riesiges weizenfeld hin und ich mache hier dann auch mein hopfen mach ich den ach ne das zählt nicht ich weiß ja nicht ob ich jetzt wo ich in einem pattern bin von dem ich beim letzten mal erzählt habe ne weiß ich absolut nicht da muss ich müsste ich alles abzählen und wissen ne 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 komm komm hör auf und wissen welche schon vorher da waren etc pp so das haben wir alles jetzt muss ich mich noch entscheiden wo ich den bienen kasten hinbauen würde wenn ich denn schon könnte und ich glaube wenn ich hier hin baue dann kann ich doch theoretisch eigentlich mal ich mache jetzt einfach mal hier für meine blumen so ist das nicht wunderschön so und zwar habe ich hier 33 von den wunderschönen blumen und dann habe ich doch noch ein moon ein moon so ja moon na wunderschön ich bin jetzt im roten bereich aber ist nicht schlimm weil alles was ich eh noch machen wollte das kostet mich ja hier überhaupt nix aber so zack 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 und dann hier die ne Keine Energie. Nee, nee. Oh, wie gerne wäre ich jetzt schon im zweiten Jahr. Ich hätte nicht so viel Offscreen spielen sollen, sage ich euch. Mein, das Spiel ist immer toll, aber... Oh ja. Ja, wilde Samen. Habe ich auch recht Bock drauf. Na ja, kann ja alles rauskommen, ne? Uh. Außer ein Baum. Baum jetzt nicht. Baum ist raus. Baum, 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 Baum es wird dunkel ich hatte ich spiele in letzter zeit tatsächlich dieses minecraft wogegen ich mich immer gewährt habe und ich finde es tatsächlich sogar cool und jetzt wo es hier so dunkel wird habe ich das bedürfnis die augen aufzuhalten ob nicht gleich monster kommen aber hier kommen keine monster ich habe nicht die monster karte eingestellt so habe ich nicht irgendwann mal genug heul wieder im lager also nicht dass ich hier unbedingt jetzt offen möchte aber ich würde jetzt schon ich würde jetzt schon so langsam nicht mehr mehr gras hier abhauen wollen wobei hier unten ist es ja noch ziemlich dicht da kann man ja noch mal ein bisschen 420 sind passend ins silo habe ich glaube ich habe es ja ja da kommt nichts mehr silo ist voll aber ich muss noch ein bisschen mayonaise herstellen eigentlich denke ich ja mal ein bisschen früher darauf achten können ich sollte ich noch so ein sehr schön ich glaube mir fehlt der erdkristall einmal right jetzt auf kurs so hier hole ich mir mal die kohle wieder das kommt da hin das kommt da hin ach so dann holen wir hier noch das hier wieder raus wobei nicht alles ich kann ja mal gucken ob ich glaube es dauert einfach viel länger jetzt noch als so ein kleines zäunchen könnten die hühner auch gebrauchen mal gucken wie das wetter morgen ist wetterbericht willkommen bei deiner lieblingsquelle für wetterneuigkeiten und unterhaltung und jetzt die wettervorhersage für morgen morgen würde es den ganzen tag klar und sonnig schade ins bett jetzt ja das bringt halt mehr als eier da seht ihr es da seht ihr es ja guten morgen lieber hahn was sagt denn der wahrsager ja ich kann die geister flüstern holen die geister fühlen sich heute neutral gesinnt bla 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 ja dich brauche ich ja gar nicht hier jetzt ich brauche was ganz anderes oder ja stimmt so leute ich herz euch kurz dann könnt ihr auch mal euch verpissen geht jetzt bitte ich benötige mehr mehr davon ist da noch einer hinter dem baum ja moin ja ne ist ok so ist das wenn man dann sehr lange nicht spielt dann hat man keine scheiß ahnung mehr was da überhaupt sache ist so läuft das dann so ich schmeiße mal kurz hier rein so aber ist ja nicht schlimm ich habe ja dadurch jetzt nix verloren es war auch nix gewonnen aber auch nix verloren ich habe nur ein bisschen zeit verloren in der ich nicht festgestellt habe dass ich mir zum beispiel noch mal weizen holen kann ich habe auch extra ein weizen mehr ich glaube ich glaube ich weiß es echt nicht mehr woraus man pams bier macht ist mir auch jetzt bums ganz ehrlich juckt mich nicht soll jedoch mal selber sehen wo die ihr bier her bekommt will die das überhaupt schon von mir nee ich muss immer noch auf den grund der miene kommen ja ich wollte ja eh auch mal ein bisschen nicht eisen steine fahren dann kann ich das ja auch noch mal machen lohnt sich das überhaupt noch so viel energie wie ich jetzt schon verbraucht habe hier alles zu gießen so so nicht gehe jetzt erstmal zu pierre rüber mittwochs hat er zu geht es erstmal zu pierre rüber und hol mir noch sieben weizen und da so eine schneewitsche ellwitsche nee wie ist das ding edelwicke sag ich doch so eine schnellwicke hole ich mir auch natürlich und eine gewürzbeere hom 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 das muss ja auch noch mal ins community center der kram ne das habe ich ja alles bestimmt noch nicht so pierre salut pierre mein freund so und ich gucke mal das hier ist alles in dem mais kann ich ja schon ich sollte mais vielleicht auch schon anbauen damit ich auch 5 goldene krieg melone ja also mais so das not ding wenn ich nicht beim mais wächst ja weiter unterm kolben und etc wisst ihr das wächst ja bis in den herbst rein sonst noch was ja hier früchte kann ich leider noch nicht mit dienen ach brauche ich noch einen kuhstall ah oh süßkartoffel süßkartoffel und hier brauche ich eh mais und die aubergine was ist denn die blaubeere brauche ich auch und peperoni und tomate oh man pierre ich bräuchte mal einmal tomatensaat einmal blaubeersaat einmal peperonisaat das sind alles welche die den ganzen sommer bleiben dann brauche ich mal ein bisschen mais aber ich weiß nicht wie viel ja einmal anscheinend so wie das hier bei mir gerade aussieht und dann war es das halt auch schon ne ja ich brauche auch nicht mehr also ja doch aber von dem mais würde ich gerne noch ein bisschen mehr holen aber geht halt gerade nicht ne es geht halt nun mal nicht immer so wie man gerne hätte ich laufe ein bisschen gegen den zaun ja ich glaube ja ich könnte noch ich habe ja noch bisschen energie von wegen das hier brauche ich jetzt ne ganze weile nicht alles gelogen gewesen alles erstunken und erlogen so geh doch weg diese diese komischen vogelscheuchenmänner die einem im blick stehen und dann geht es hier los hier mache ich ja hier hier dran ja so nämlich und nicht anders das was 5 da ne 6 7 eigentlich komm 8 für das 19 11 whatever nein naja es ist ja nur es ist ja nur der ist natürlich nicht da hier weiß ich ja schon eigentlich so weg da platz da da kann ich noch drunter das andere kann ich auch noch drunter das ist doch super so schön fein fein gut das hätten wir geklärt dann so so und hier für die brauchen wir so und den mais manchmal dahin und die tomate manchmal hier hin und dann muss da noch ein bisschen gegossen werden ne nein nicht zweimal an der gleichen stelle gießen das dafür die verschwendung von ressourcen vor allem energie kann mir doch noch nichts zu essen machen ich denk doch mal mit so ok ja ich gieße hier nochmal völlig unmotiviert den boden ok ok so irgendwas wollte ich noch nachgucken das hier genau das wird auch noch im community center gebraucht ja ok ich könnte ich glaube ich mache das jetzt einfach lass das hier hier und dann gehe ich im community center vorbei und dann gehe ich nochmal hoch in die mine und schau mal wie lange ich das da aushalte vielleicht finde ich ja auf dem weg noch eine höhlenkarotte nicht lecker nom 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 oder ich suche sachen und verkaufe die unentschlossen bin ich da ganz unentschlossen hallo demetrius äh juss vergiss nicht deine pflanzen jeden tag zu gießen ja wie sehe ich denn aus hä füße matschig wo sind beide nass was glaubst du wovon so das ist die speisekammer und hier müsste ist da ne hier habe ich ja noch nichts das alles ach ja klar nutzpflanzen herbst sind im herbst und das war die exoten und bei den exoten ist auch dieses hier vorhanden genau nein das sind die exoten so czeka 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 natürlich habe ich das ding jetzt nicht dabei ich gehe ja auch jetzt in die mine rein man schauen wir mal wie das so läuft meine unglaublich tollen bin ich denn 60 wieder meine liebsten geister ich mache schon mal was anderes ich glaube die nutze ich auch gleich mal ja nervt nicht ich will mir erst mal noch den ich meine ich habe heute sowieso jetzt nicht hier zum ziel krass weit runter zu kommen ich mir nur den amethisten ich glaube das eisenerz so kein sep mehr einsammeln ich habe gerade genau so viel selbst dass es aufgeht so ja moin ihr süßen kleinen schnubbels wer hier oben noch irgendwas sinnvolles oder kann ich eigentlich jetzt schon wieder ich kann schon wieder gehen mensch sagt das doch vielleicht kriege ich wirklich mit dem bisschen energie noch oh gott richtig bock ah guck mal fehlte mir genau die nicht noch für center of community nein nein naja mein leben ist gerade nicht das problem von daher ist hier gerade nicht der limitierende faktor ich finde es total nah ist wie die mir einfach immer treppen hinterher schmeißen das hätte ich danach gefragt ich habe eigentlich keine lust mit denen mit den schleims zu kämpfen also gar keine lust hier mit auf überhaupt jemand zu kämpfen nein ich will nicht mit euch kämpfen nein ich möchte keinen streit eigentlich wollte ich ja stein fahren dreht hier oben noch was ist das für ein sneaky bed das heißt ich hab das schon lange nicht mehr gespielt auf mich anspringen zu wollen nicht nett okay please give me more More Leitern. Redders. Ist doch, oder? Leitern. Oh, ihr macht ein Baby. Das ist ja nett. Das ist ja nett. Boah, 20 Uhr. Ich geh mal runter. Ich geh mal runter. Ich glaube, ich versuch jetzt hier doch mal... Noch ein Geist, Mensch. Klasse. Endlich noch ein Geist. Gib mir auch mal wieder eine Treppe, das Diamant. Den soll ich vielleicht wirklich auspacken. Buddeln, wollte ich schon sagen, aber... Buddeln macht man nicht mit einer Kreuzhacke. Stirb, Geist. Stirb. Danke. Gib mir den Diamant. So, Suppi. Da unten ist nischt. Da kommt ein Bad. Komm her, Bad. So. Oh, da hinten möchte ich aber hin. So geht das nicht. Mach mal so, sonst springt der mir wieder... Achso. Ja, komm. Ups, Mensch. Oh, da hab ich den Gegner gedodget. Sowas aber auch. Hm. War nicht meine Absicht. Hier ist hier noch einer. Genau, so nämlich. So. Und... Jetzt kann ich hier eigentlich noch... Ich hab ja noch Zeit und danach geh ich sowieso nicht weiter runter. Dann kann ich hier schon noch ein bisschen was mitnehmen. Mit dem letzten Rest meiner Energie. Noch ein paar Steinchen. Boah. So. Bing. Haben wir hier noch irgendwas, was sich krass lohnt? Nee, ne? Dann... Ab. Dafür. Zack. So. Dann lauf ich mal nach Hause. Ich hab noch nicht mal mehr so ein Leuchterring an. Da hab ich die schon Level 65. Was soll das? Bing gleich da. Dum 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 dum. Oh ja, die Mayonnaise will ich noch... Die will ich noch wegschmeißen. Generell kann ich mein Inventar noch locker sauber machen. Gibt's hier irgendwas? Nee. Aber hier bestimmt. Ja. Das auch. Die nicht. Das war ein anderer. Ein bisschen Golderz. So. Und dann möchte ich hier noch gucken. Nee. Kristallfrucht. Ach. Falsch. Falsch. Nee, den hab ich schon. Ja. War zu erwarten eigentlich. Dann. Sprech ihn, glaub ich, weg. Aus Gründen. Der kommt da rein. So. Und jetzt ab ins Bett, meine Freunde. Katze noch ein bisschen kraulen. Ja, genau. So. Katze ist gekrault. Und damit zeige ich euch jetzt natürlich noch den Bildschirm, der da kommt. Und das verdiente Geld an einfach nur Mayonnaise. Unglaublich. Unglaublich. Ja, und hier, äh, bisschen was von dem Kram, auch unglaublich. Und damit wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bis nächste Woche. Passe ruhig auf. Bildet eine Rettungsgasse. Und wie immer, Zähneputzen nicht vergessen. Okay? Tschüss. Tschüss.